So, let's go, ladies and gentlemen. Willkommen zu Doom. Und jetzt geht's fast. Vielleicht geht's jetzt in die finale Runde. Oh Gott, Jesus. Du hast einen roten Kopf, du. Herrgott, nochmal. Oh, nicht gut, nicht gut. Stirb, stirb, stirb. Oh mein Gott, du bist ein Arschloch. Arschloch. Hey, Liga. Alles cool. Ah, stirb, 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 stirb. Stirb, stirb. Stirb. Stirb, 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 stirb. Brav. War's das? Herrgott, nochmal. Herrgott, nochmal. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Na, wie geht's euch, Leute? Okay. Zerstöre die Brücke. Alles okay? Also, roger. Yay. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Welche Brücke zerstört? Ah, hi. Ui. Porno-Hälfte? Nein. Gamehawk. Gamehawk. Sicherheitskamera. Uh, da ist ja gar nichts. Zugang erteilt. Ah, nicht gut, nicht gut. Stirb. Okay. Alles halb so schlimm. Wir leben immer noch. Uns geht's gut. Oh, ja. Uns geht's gut. Hallo. Süßer. Oh, what the hell? Oh, das meint er mit Brücke zerstört. Ah, ich kann folgen. Ah, ich kann folgen. Oh, nein, 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 nein. Nein. Da geh ich nicht rein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Wir gehen wieder zurück. Oh, oh, denn wir tun uns wieder leben. Oh, oh. Tot? Tot. Oh, mein Gott. Du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Hey, Digga. Okay. Wir verstecken uns. Stepp, 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 stepp. Dankeschön. Oh, Gott. Heiliger. Stirb. Danke. Huh. Wie, danke? Vielleicht noch irgendwas cooles? Ah, perfekt. Wie? Ach, ich will mich nicht reinlassen. Okay, jetzt verstehen wir es. Oh. Frank Serrano. Irgendwas sagt mir, irgendwas sagt mir der Name. Serrano. Serrano schenken vielleicht. Oh, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, stirb. Danke. Alles okay? Alles fit? Yay, alles fit. Uh. Moment. No. Ah, nee. Keine Lust. Los, komm. Ja. Ha, ha. Du Sack. Ja, das war's wohl, ha? Vernichte ihn. Ich hab dich vernichtet, du. Drei Käse hoch. Oh, mein Gott. Das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Außerdem kann ich hier nicht reingehen. Angst. Oh, was zum Teufel. Dekonsystem. Für Zugang zum versiegelten Sektor. Uh, was zum Teufel. Oh, noch einer. Hen Lee. Jetzt schauen wir mal hier, was die für mich haben. Äh, Frank Serrano. Persönlicher Audio-Log. Sofortige medizinische. Bitte main sie sobald ich mich. Der Code für Lageschränk. Oh. Aha. Und der Hen Lee. Han Lee. Berichte expeditionsfehlende BFG-Waffe. No. What the hell. Noch einen Code. Ja, und wo sind die ganzen Türen? Wenn ich mal fragen darf. So. Oh, oh. Alles okay. Okay, das. Gefällt mir gar nicht. Ach, das ist nur so ein Viech, ey. Arsch du nicht. Nur so ein scheiß Viech, ey. Wegen so einem scheiß Viech wird hier so eine fette... Oh. Oh, oh mein Gott. Der kann hier runterspringen. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Stirb. Oh. Heiliger. Hälte, haben wir das gesehen? Das ist ja übelst der Stuntman. Oh. Hier tut irgendwer ganz komisch atmen. Hier tut irgendwer ganz komisch atmen. Oh. Oh, ich habe Angst. Hier war es. Hier war es. Hier war es. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Nein, ich habe keine Angst. Ich bin nervös. Haha. Oh, das ist nicht gut. Oh, das... Oh mein Gott, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe nicht. Okay. Oh mein Gott. Die Hintergrundmusik ist zum Kotzen. Ich hasse euch alle. Oh. Moment. So. Sind wir jetzt hier richtig? So. Jetzt... Moment. Der Code für Lageschrank 317. Ist es hier was? Nö. Irgendwie gar nicht. Gut. Vielleicht Henley? 836. Ah. Perfekt. Ja. Ja. Ah. Das fühlt sich gut an. Ja. Perfekt. Oder? Ach Gott. Das fühlt sich so gut an. Oh nein. 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 Sterb doch einfach! Gott, du unsagbares Stück Haufen, ey. Du gehst mir so auf den Sack. Alter, das sieht mir echt nicht geheuer aus, okay? Was geht's denn hier? Was muss ich überhaupt machen? Was? Oh, heiliger! Kein Ziel ausgewählt. Initialisier das Scannen. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Telefon-Ziel B. Wie? Hä? Plattform 2, Plattform 1, ausgewählt. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wo muss ich denn hin? Kann mir jemand sagen, wo ich hin muss? Dankeschön. Wo muss ich hin? Erreiche das Hauptportal. So genau wollte ich's gar nicht wissen. Muss ich da jetzt einfach reingehen? Oh, 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 oh mein Gott. Ah, 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 das ist gar nicht gut. Heiliger, was zum Teufel? Was zum Teufel? Was ist denn jetzt? Oh. Oh, nicht gut. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Stimmt. Heiliger. Heiliger. Oh, du bist hot. Okay. Gut. Oh, ich war richtig. Haha. Ah, gar nicht gut. So. Nee, doch nicht. Oh, das gewinnt mir gar nicht. Oh, oh. Setz dich nicht gut an. Setz dich nicht gut an. Ja, ich hab auch ne Minigun. Hä, hä, hä? Was willst du tun? Was willst du tun? Was willst du tun? Sterben willst du? Danke. So. Oh. Okay. Stirb, stirb. Noch was? Noch jemand? Willst du auch mal sterben? Ja, dankeschön. Zu gütig. Oh, nicht gut, nicht gut. Ach, danke. War da irgendwas? Oh, okay. Alles klar. Alles klar. Du tot. Du tot. Du tot. Ach, gut. Oh, das ist gefüllt. Hat es gar nicht gut angehört. Hat es gar nicht gut angehört. Ja, ich bin... Oh, was, 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 was? Oh, mein Gott, das ist gar nicht gut. Nicht nur um, Marine. Alle sind tot. Und du bald auch. Halt mal. Halt mal. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Okay, ich hab Angst. Oh, mein Gott, ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Oh, mein Gott, ich laufe einfach nur noch, weil ich Angst habe. Oh, Gott, Jesus Christus. Oh, Gott. War's das? Oh, Gott. War das mal wieder was Schönes. Oh, Gott. Das ist toll. Wie man so geliebt wird von den Monstern. Gott verdammte Hacke. Na, leck mich. Leck mich, leck mich, leck mich einfach. Leck mich und stirb. Stirb. Ernsthaft. Ernsthaft. Ah, da war noch einer. Ah, okay, doch nicht. Ich hasse es. Ah, alles fett. Ah, ja, das schaut doch gut aus. Das schaut doch sehr gut aus. Das schaut doch einfach nur... Yum, 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 yum. Gott. Gott, ist das geil. Nein, ist das nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, da hinten ist ein Freund. Hier, bitte. Gern geschehen. So. Okay. Oh, mein Gott. Das ist doch schön aus. Oh, mein Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Alles okay? Heiliger. Okay, das schaut... Das schaut einfach nur noch eklig. Das ist einfach nur noch eklig, ey. Das ist doch echt nur noch... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, nee, 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 nee. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Er ist im nächsten Teil wieder. Alter. Entschuldigung. Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat alles gefallen. Alter, Alter, Alter. Ja. Mein Name ist Ben und ich danke für diesen Part. Auf Wiedersehen. Tschüssi.